Hey Internet und Youtube, Saints Row the 3rd. Wir probieren es, mein erster Saints Row Teil muss ich zugeben, Kampagne. Die ersten Minuten habe ich schon gespielt. You know, der üblichen Sound. Stellungen automatisch, weiter, auf normal. Normal bedeutet extreme hard. Für mich. Man muss das immer bei mir ein wenig umrechnen, die Einstellungen. Easy ist normal. Normal ist hard. Eroberung! Die Geschichte der Menschheit. Seit undenklichen Zeiten sind große Führer aus ihren bescheidenen Anfängen auferstiegen um... ...sach was, du Shit. Sag was ist du Shit. Und genau so war das auch mit den Sir Street Saints. Seit der Oberau von Steel Waters hat sich die einst kleine Straßenbande zu einem Medienimperium entwickelt. Ein Saints-Film ist derzeit in Planung. Johnny und Shandy sind Ikonen der Popkultur. Und Pierce? Fuck Pierce. Inzwischen bewegen sich die Saints auf einer großen Bühne und jede kriminelle Organisation will ihre Krone. Es war somit nur eine Frage der Zeit, bis ich einer von ihnen die Saints vornehmen würde. Wie ist das? Tadam! Was ist das? Super! 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 Haha, Japanese commercials, easiest money you'll ever make. Grand Larceny is right up there. You ready for this? No worries. I do my own stunts. Hey, you're just a ride-along man. So don't get all Hong Kong style in there. I am a method actor. If I'm gonna play a saint with any degree of emotional truth, I gotta make it real. Trust me, Burke. It'll be real. You're robbing a bank dressed like yourselves. Hell yeah. Who doesn't want to be Johnny Gett? Ultra post-modernism. I love it. I'm cool with the Saints movie, but do we really gotta drag this asshole actor around? Cut Josh some slack. He's just researching his part. Yeah, I hope he signed a waiver. Alright, people. Nobody moves! Nobody dies! Burke! Sorry, jumps his line. Can we, uh, can we go again? You all know the drill. Can I get a picture with the boss? Say sleaze! Get in line, bitch! Hey! Don't be a dick! Would you call yourself gangbangers? You're a bunch of pussies! We should be all up in their shit like... Fuck! Oh, that's different. You got a plan, and we're just shooting all these motherfuckers. That is my plan. Works for me. Alright. Alright. Oh, woah woah. Oh, woah woah. Why is he not dead? Oh, my. Oh, my. We're gonna die? What happened? Do I do my own stunts? Hey, hey. Do these look like scripts to you? Alright, people. Let's find that ball. Oh, my. Oh, my. Oh, my. Yeah. What do you think of the team? That's right, you fuckers! We're coming for ya! Oh, she's gonna burke. Let's keep moving. I can't believe you locked that guy into a statue. I can't believe you're still thinking about it. Do you want to know who these people are? Listen. All that matters is the ball. Let's find that and get the hell out of here. Is this what it's normally like? Normally, the tellers don't use fucking shotguns. Yeah, normally banks don't look like a palace either. You see those statues before you blew them up? You forget the horses. These guards are packing military-grade hardware. The hell are we robbing? No panic! Go, no panic! No panic, no panic! I have all theres under... Oh... Oh shit. Sorry. Sorry. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut! Was? Nicht cool, Mann! Zeit, um zu arbeiten. Wir müssen sie über die Vulten setzen! Hey, ich glaube, wir haben eine Firma. Sie kommen aus dem Lobby. Hi, was geht's? Oh mein Gott, du bist die Saints! Du musst das für mich schreiben! Hey, Josh Burke. Don't be starstruck. Very approachable. Want me to, uh, sign your breasts? Uh, no. That's all right. Yeah, let me know. Buy Nightblade on DVD. Okay. Let's get the chopper and lift his baby out of here. Hey, guys! You can call up the helicopter. Found the way to open the vault. Don't touch it! Josh! Are you trying to get us all jail time? What? I don't want to be some dude's bitch. Do I have to go after him? Forget about it. He'll be fine. How long until the chopper gets here? I don't know. Probably like two waves of SWAT guys. Sounds about right. There's an ID of the gate. He'll go through the gate. Flippy. Flippy. Oh shit! Flippy! 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 ich habe gar nicht begrenzt von ich so komme ich auf die idee hey hey ha 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 seriously who are these guys a ich habe nur die Waffe kein Problem kein Problem kein Problem kein Problem kein Problem here's our rise go 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 you two go out the back and you stay with the ball we'll see you when we head down alright let's go hold her steady where'd all the security come from stay calm and stick to the plan cover wäre eine gute Idee ja abgelockt troy can't bail you out of this one shit make this easy on the squad for once please autograph and then put down your gun what the hell are we still here the control guard responding they got it fixed i'll hold off the cops you can't kill them all appreciate that kind of negativity this publicity stunt is over we have to take you in get us higher i'll try not to get shot here oh it's cheating how much armor's on that damn thing 1 Jesus Damn it watch where you're flying Yeah Put the minions in the head short Step away from the vault Put the vault down Come on down there! No shit! You think? Turn yourself in! My son wants to meet Shandy! I'm hosting it! You've gone too far this time! Fuck! Komm schon, 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 komm schon! That's right! Don't block me! No, 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 no! Oh, oh! Oh, shit! Wenn gute Überfälle schieflaufen, geschafft! Respekt! Oh, komm. Das geht schon noch ein wenig. Ist ja grandios bis jetzt. Danke für den Hinweis. Charakter anpassen, okay. Shut up! Das machen wir noch in diesem Part. Körper. Oh! Körper-Bau. Oh man. Ja, 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 das ist... Ich brauche einen kleinen Bierbauch, oder? Dünn? Da ist ja gar nichts dran. Was ist denn das? Okay, passt schon. Ja, ist okay. Haut. Okay. Hike. Ein bisschen Bräune, kann ich schaden. Das ist mehr Solarium-Schwarz, oder? Okay, passt schon. Körper-Maske. Genau, die Bauarbeit. Oh! Null! Oh! Oh! Ich bin 14. 22? Keine Ahnung. Oh! Okay. Neun? Was ist das? Die Zentimeterangabe? Jesus! Ah, was ist der Durchschnitt? 50, oder? 50 ist der Durchschnitt. Okay. Zurück. Ich bin 15. Persönlich kein Make-Up-Gesicht. Ich bin 15. Ich bin 15. Ich bin 15. Ich bin 15. Es ist 15. Augenweih, Nase, Mundkiss Haare, 50 Yes Oh no Das ist auch schön Noch schöner Bad Boy, Bienenkönigin Cheerleader Das ist gut Oh mein Gott, Glamrock Warte, warte, warte Okay, ne, ne, ne Kurz und links Kurz und rechts Kurze Afro Oh man Eindeutig zu lange Oh mein Gott Normaler Pixie Es tut mir leid, ich muss das alles durchsehen Schmetterling Das passt eigentlich genau auf meinen Haarfrisur-Dingens Okay Bereits für Hollywood, oder? Das bin ich doch Oh, das ist der Standard Oh, das ist der Standard, richtig? Dann nehmen wir wegen was anderes Gemachter Mann Ich bin ein gemachter Mann Absolut Absolut All right Das passt auch zu mir Das trifft es dann zu Die Art Die Schiffetage Ich kenne die ganzen Ausdrücke nicht Chuck Oh yeah, Chuck Ich weiß, das interessiert euch alles nicht Aber ich gehe es halt auch mal durch Dann sehen wir es So oder so Okay, wo war ich jetzt? Ich war beim Soul-Bruder Chuck Finde ich cool Chuck Okay Augenbrauen Natürlich männlich Oh mein Gott Graf Dracula mäßig Okay, passt schon All right Zurück Make-up Gegenstände, Fingernail What? Supermodel Yes Was auch immer das bedeutet Möge Ja, 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 ja Alles klar Zurück Was ist Gegenstände? Blutverschme... Okay Blutige Nase Stirnverband Warte Wangenpflaster Warte Wangenpflaster Und Fingernägel Nein, danke Zurück Achso, das war das Zurück Persönlichkeit Stimme Everywhere I go People always wanna kill me Saints Flow is good But Saints Flow with vodka? With a turbo-powered bulldozer Traffic would be no problem I tell my therapist I was I hope Everything Fuck As long as I'm having fun All right Kompliment Oh yes Hey, good to see you Ich geh die mal alle durch, YouTube Oh, you want a closer look? Okay Oh yes Oh, Bauchtanz Merken Oh, das ist schön Das ist schön Oh, Elvis Ey, ich hasse Disco Let's get down Hell yeah I can all the Jenkins You go, yeah Nice job Danke, 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 danke Glad to see you Right on Go Thirstry, go Thirstry, go Hey, good to see you Lookin' good Cut, Banks Saddle up, boys Saddle up Here we go Just Woo Just lay back and enjoy Oh, man Check you out Damn, I feel good Oh, this will feel good Oh, sexy Oh, sexy Oh Oh, yeah Oh Okay We should grab drinks Okay, ich nehm das Spottgeist Oh, man It's just for you Behold Your nightmare is here Just try it I'll put you in a body bag Haha, what a loser You like that? You're dead Wait, you wish you were half this cool Oh, no Fuck you Up yours Okay, nah, nah, nah Where'd I go? Hey, hey You lost me Hahaha That shot vicious, Rupa Come on Just the tip Oh, no You don't belong here Hahaha Uh-oh, you saw that? How pathetic Don't be jealous now You're just a dirty little whore Oh You think you can handle this? Hahaha Yeah, that's what I thought Hahaha What was that? Yeah, yeah, yeah Whatever What was that? Let me hear you Let me hear you Yeah Okay, wait, where was that? Der Scheibenwisch ist super Haha, das ist klasse Den hatte ich schon ganz vergessen Okay, Persönlichkeit, was war das? Persönlichkeit, komm, die wir in den gehst Okay, zurück Übernehmen Okay Habe ich doch jetzt, oder? Oh, hat er das jetzt nicht gespeichert, oder was? Oh, nein, ich Idiot Was habe ich gemacht? Oh, Gott Alles nochmal, YouTube Okay, und wir sehen uns dann Wenn ich hier auf Start drücke bin Nächstes Mal Danke fürs Zusehen Macht's gut Tschüss